Hallo, Strange Days hier. Mehr Mountain Blade, immer noch in diesem Turnier, wo wir mit Pfeil und Bogen versuchen, diesen komischen Kerl hier zu zermürben. Das war der erste Treffer, den ich ihm zugefügt habe. Nein! Ähm... Mein Plan war eigentlich gewesen, abzusteigen und ich irgendwo mal eine Waffe sehe und mir die zu nehmen. Zum Beispiel, da war es mir zu nah dran. Hier musst du irgendwo eine Waffe geben. Ja, steig ab! Steig ab! Schnell! Nimm die auf! Ah! Ah, okay. Das war auf jeden Fall die schnellere Lösung. Uh! Äh, mehr Wetten auf mich. Aha, ist schon besser. Blöde Bögen. Bam! Und bam! Und bam! Oh! Kannst du es wagen! Oh! Hm. Nein! Verdammt und zugenäht. Ähm, okay. Woher kommt eigentlich dieser Spruch? Verdammt und zugenäht. Was soll denn da zugenäht sein eigentlich? Müssen wir mal... Wahrscheinlich hat Galileo das schon mal geklärt. Galileo hat doch alles schon mal geklärt, was niemand Wissen braucht. Ah, mein Pferd. Land, warte auf, mein Pferd. Ah! Bin heute nicht gut. Gar nicht gut mich heute. Ich seh das schon. Oh Gott, ich bin allein gegen drei. Großartig. Großartig! Das hol doch mal aus. Ah, nur ein... Aha! Aha! Das wollte ich gar nicht treffen. Okay. Okay, okay. Ah, was? Woher? Was? Woher? Was? Woher kann es? Ah! Was macht denn der? Ach, der wirft auf mich. Mit seinen... komischen... Dingsbums. Aha! Jetzt nicht mehr. Ah! Was? Fuck! Ich habe nicht, äh... realisiert, dass ich so... wenig Lebensenergie hatte. Großartig. Großartig. Haben lange kein Turnier mehr verstanden. verloren. Da habe ich vermisst, das Gefühl. Ah... Großartig. Nein, wir kaufen jetzt nichts. Wir haben uns nichts verdient, Mann. Dreck. Wo sind wir gerade? Immer noch in Kuraf? Ja, und hier gibt es wahrscheinlich immer noch keinen Dichter. Wieso habe ich immer noch diese komischen Rumgeschreie und Hintergrundgeräusche vom Turnier? Oder höre nur ich das? Dann mache ich mir nämlich Sorgen um mich. Ähm... Was nun? Ähm... Okay, der ist... Der ist tot. Uh! Aber wir machen die Vaigia jetzt fertig, Mann. Wir machen die Vaigia jetzt richtig fertig. Keine Lust mehr auf den Spaß hier mit denen. Ah, so ein Buia brennt immer noch. Sehen wir. Ähm... Ja... Ich gucke mal kurz, wie das Schloss hier bewacht ist. Das würde mich mal interessieren. Sletzk Castle. Oh Gott, das will ich gar nicht haben. Das kann ich mir auch nicht mal aussprechen. Ähm... Hm. Ja, ja. Ja, alleine ist es echt schwer. Diese Garnision. Sekunde. Ja. Ähm. Was soll denn das? Ist das irgendwie ein Bug oder so? Oder höre nur ich das? Ich höre immer noch voll dieses, äh... Die Hintergrundgeräusche vom Turnier. Sehr merkwürdig. Ich glaube, wir müssen noch schnell in einen Kampf geraten. Vielleicht, äh... Kann das das irgendwie ausschalten. Wir haben jetzt... Wie viel? 5.600 Denar. Wie viel haben wir von so einer letzten... Unsere Bauerei bezahlt? So 3.000, 4.000, ne? Ähm... Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne noch mehr Geld. Ich hätte gerne irgendwie ein einträgliches, äh... Business. Hm. Aber... Was ist jetzt... Aha! Komm her! Aha. Nicht da hin. Nicht da hin. Hm. Ich renne nach Raiverdien. Ich bin ein kleiner Lord. Ich hab Angst. Penner. Ja. Hm. Nö. Oh Gott, ich bin ein kleiner Lord. Und ich hab Angst. Äh... Uh. Wow. Der hat den... Ja. Außer der 150-Leute-Garnision ist da keine große... Hä? Ich dachte, wir hätten wieder Krieg mit den... Mit Swadia. Ach so. Oder ne. Waffenstillstand ist nur vorbei. Ich glaub, das heißt nicht automatisch, dass man Krieg hat. Anscheinend. Ähm... Falls ihr euch wundert, wieso ich grad hier ans Ende der Welt reite. Ich will mal gucken, so hier im... Äh... Hier drüben halt. Wo wir selten sind. Bei den Kergitz und so. Da gibt's bestimmt irgendwo super Gedichte zu holen. Rat ich jetzt einfach mal. So... Ihr wisst schon. Geschichten aus dem... Abendland und so. Obwohl das vielleicht ja hier wär. Abendland? Das sind ja eigentlich wir. Ich mein, eher... Aus tausenden einer Nacht. Daran hatte ich gedacht. Gott verdammt. Dieser blöde Sound. Immer noch. Immer noch. Jesus Christ. Was ist denn das? Hm. Ein Farmer. Äh... Wollen wir jetzt... Irgendeinem Farmer? Näh. Wir helfen jetzt mal keinem Farmer. Dafür sind wir mittlerweile doch ein bisschen zu... Äh... Zu cool. Wir sind zu cool, um Farmern zu helfen. Wow. Ich dachte jetzt noch... Ich dachte, es wäre noch ein eingebildetes Geräusch dazugekommen. Aber nö. Äh... Es ist halb acht. Und irgendwer nutzt draußen einen Schlagbohrhammer oder so. Oder ein... 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 Meine Fresse. Wie heißt denn das? Wie heißt denn das Ding? Mit dem man so Straßen aufreißt und so. Hm. Gott, geht mir das auf den Sack. Vielleicht geht's weg, wenn ich mal so den Sound... Nö. Keine Veränderung. Ähm... Politische News aus aller Welt erreichen uns hier. Aha! Ein Turnier! Na sowas. Unsere Chance, uns wieder zu... Äh... Dingsifizieren. Dingsifizieren. Ja, Dingsifizieren. Hm. Wir können auch einfach mal so Kavallerie anheuern. Aber ich glaube, die sind ziemlich teuer. Aber ich hoffe echt, dass ihr das nicht hört. Oh, Mann. Wie heißt denn diese Gerätschaft? Ich glaube das ja nicht. Was? Oh. Ja. Voll schön hier. Ich glaube, ich will hierhin ziehen. Ich glaube, wenn Lord Tattoo Plants in Rente geht, dann zieht er hierhin. Ich will nicht in einer von diesen blöden Städten, wo dauernd Krieg ist, wohnen. Hier ist viel schöner. Mediterran angehaucht. Oder so. Naja. Wetten auf uns. Yeah. Und los geht's. Und wir fangen wieder mit einem Bogen an auf dem Pferd. Gottverdammt. Jetzt, jetzt passt wenigstens wieder... Die Turniergeräusche passen wenigstens wieder. Das ist so. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Ah, weg. Mhm. Oh nein. Von uns sind schon wieder alle tot. Sehe ich jetzt richtig? Muss ich nur wie wild drauf schießen. Das ist auch gut. Muss ich wenigstens nicht aufpassen. Mhm. Mhm. Ah. Ah. Habe ich nur ein Dolch. Kann ich... Wow. Ich kann sogar mit dem Dolch vom Pferd aus kämpfen. Das muss man auch erstmal raushaben. Nö. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal da dran. Halt ich zu... Oh! Wow. Ähm. Mega ungut. Mega ungut. Äh. Eine Lanze? Nee. Ähm. Wie wäre es mit einem Schwert? Irgendwo? Schnell. Lass mich in Ruhe. Bitte. Hilfe. Hä. Ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Pferd kaputt war. Ähm. Was? Pfeile? Nö. Ähm. Komm. Gib mir mir irgendwer ein Schwert. Bitte. Schild. Ähm. Ja. Schon mal nicht schlecht. Und, äh. Javelines. Die kann ich werfen. Toll. Das kann ich werfen und schießen. Äh. Warte. Idiot. Und ich hätte mir die Lanze nehmen sollen und dann ein Pferd. Das geht doch auch. Ähm. Ich renne einfach weiter. Äh. Bis jetzt hat es irgendwie keiner geschafft, mir eine Lebensenergie abzuziehen. Obwohl die ja alle mit ihren Lanzen um mich rumtanzen. Aber das, äh. Das ist okay. Oh, schade. Delivered. Ah, ich habe ihn sogar getroffen. Ich möchte dieses Pferd da hinten gerne haben. Au. Pik. Ähm. Ja. Steig auf. Steig auf. Und reite wie der Wind. Ein frisches Pferd. Für einen frischen Mann. Ähm. Jemand da? Oh. Sind es noch wir beide? Ah ne. Dahin ist nur einer. Oh yeah. Einer weniger. Zwei weniger. Oh yeah. Was geht ab? Wieder ein... Komm schon. Ah. Oh. Hihi. Ich, äh. In einem modernen Spiel würde ich jetzt die ganze Zeit Kill Assists bekommen oder so. Oh yeah. Mit Anlauf. Das muss den Pfeil da nochmal beschleunigt haben. Falls Physik so funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, wie Physik so funktioniert. Ich glaube, Physik funktioniert eigentlich gar nicht. Das ist alles, äh. Alles Humbug. Alles Schabernack. Diese ganzen Wissenschaften. Ja, ich bleib auf jeden Fall wieder alleine übrig. Großartig. Mit dem Bogen. Gegen, äh. Wie viel noch? Ja, so acht Leute mit Lanzen. Das ist... Was toll ist das? Ganz großartig. Nein. Au. Nein. Ja, großartig, man. Ich bin so tot. Ich hab gar nicht mit Pfeile, selbst wenn ich jetzt die ständig treffe. Oh yeah. Du bist der Nächste. Gottverdammt. Gottverdammt. Gottverdammt! Gottverdammt! Okay, sieht schwer aus, als müsste ich wieder absteigen, um mir eine Lanze holen. Das ist ja allerdings, wird mir das hier gerade nicht mega einfach gemacht. Ja, 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 ja. Komm, tut doch nicht so. Tut doch alles, als soll's. Nimm die Lanze. Ja, 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 ja. Ja, 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 ihr seid halt gar nicht so cool, wie ihr glaubt. So, bin fast tot. Aber ich hab meine Lanze. Prioritäten. Prioritäten. So. Gucken wir mal. Du bist der Erste. Nein! Gottverdammt. Ein Schild hätte ich auch noch gerne. Oh nein, nehmen wir mit Fallenbogen. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Oh! Das hätte das Ende sein können. War's aber nicht. Netterweise. Ja. Ich darf jetzt so nicht mehr wirklich getroffen werden. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie einrichten können. Das war, das war sehr schön. Das war elegant. Das müsst ihr zugeben. Schießt der eigentlich auf mich, oder steht der nur da rum? Steht nur da rum. Dann nehm ich doch mal so von der Seite mit. Oh. Der abgewehrt. Nicht schlecht. Kommt erstmal an diesem Pferd vorbei. Oh. Ihr kommt am Pferd vorbei. Na dann. Presslufthammer. Das war's. Ein Presslufthammer. Meine Güte. Alter. Ich hab, ich hab, ich hab fast mein Leben lang neben Leuten gewohnt, die im Straßenbau tätig waren. Ich weiß nicht, was, da fällt das Wort Pressluft hammer nicht ein. Gibt's doch nicht. Gibt es doch nicht. Ich hatte echt nicht vor, dass dieses Turnier, das ist gerade meine dritte Runde oder so, kann es sein. Ich hatte echt nicht vor, dass dieses Turnier, das ist jetzt sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ich bin tot, ich bin tot. Wow. Wow. Ja, ich bin echt tot. Ich dachte jetzt gerade, die schaffen es wirklich alle so daneben zu hauen, da ich nicht sterbe. Hm. Cool, ich krieg noch ne Chance. Das freut mich. Ähm. Oh, und ich hab Schild und Schwänt. Oh Gott, Leute, ihr seid echt, das ist ein nutzloser Haufen, ihr seid. Also ich auch, hab euch eben ernst bewiesen. Das beschwere ich mich eigentlich. Hau! Hin fort mit deinem Rückgrat. Verpik! Ah. Das ist, äh, macht ein bisschen Arnold Schwarzenegger, äh, Schwarzenegger Geräusch, wenn, wenn, wenn er, äh, getroffen wird. Ah, komm schon. Hab ich gerade gesagt, Arnold Schwarzenegger? Ja, hab ich. Ich konnte das jetzt echt nicht so stehen lassen. Gut, lassen wir das so stehen. Meine Fresse. Hm, hm. Komm schon. Mann! Das dauert mir alles viel zu lange hier. Oh Gott. Oh Gott. Toll. Toll, wer braucht schon ein Schild? Wer braucht... Niemand braucht ein Schild. Ich brauch kein Schild. Tod! Oh, komm schon. Ja, komm schon. Komm schon. So. Wie viele Runden noch? Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Ah, shit. Haha. Piek. 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 Fertig. So soll das aussehen. Mehr Geld. Jetzt darf ich echt nicht mehr verlieren. Und der geht mir in den Bogen. Sau. So soll voll aus, als würde es treffen. Hat es aber nicht. Oh, komm schon. Haha. Oh Gott, jetzt... Oh nein, verdammt. Nein, verdammt. Hör auf, mich zu hauen. Ich finde es echt nicht cool, wenn ich jetzt noch sterbe. Das würde mich sehr frustrieren. Gerade macht mir tatsächlich auch der Bogenschütze hier mehr Sorgen noch als der Schwertkämpfer. Fährt! Werd mal schneller. Oh mein Gott. Was für ein Schuss. Kann man überhaupt den Kopf treffen, wenn die das Schild oben haben? Ich meine schon. Ich schieße das Pferd jetzt kaputt. Sorry. Das, äh... Tue ich nicht gerne, aber... Ich hätte jetzt nichts Besseres zu haben. Mhm. Hol aus. Hol aus. Wie schafft ihr es so schnell abzuwehren, ja? In der Luft den Pfeil abwehren. Das, äh... Was für eine... Martial Arts Scheiße ist denn das? Ich glaub das nicht. Das ist die ganze Folge dieses blöde Turnier war. Ja, scheiße. Ist aber so. Also... Ähm... Sieht schwer so aus. Ich will das echt nicht. Ich will nicht, dass... Fuck, man. Oh, komm schon. Ja, endlich. Ah. Hey, Turnier ist fertig. Gott sei Dank. Äh... Seht ihr? Das war nicht die ganze Folge. Was? Ja, Turnier ist nicht fertig. Nächstes Mal. Bis dahin. Macht's gut.